Das ist Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Mit Makrofokus kannst du kleinste Details sehen. Superscharfe Nahaufnahmen machen. Mit Super Resolution Zoom. Dinge verschwinden lassen. Mit dem magischen Radierer. Sprachen verstehen. Beim Lesen, Sprechen oder Chatten. Mit Live-Übersetzung. Und bis zu 72 Stunden unterwegs sein. Bei Verwendung des Extrem-Energiespar-Modus direkt nach dem Aufladen. Mach Nahaufnahmen, dass Dinge verschwinden und verstehe fremde Sprachen. Mit dem Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro. Bei Verwendung des Extrem-Energiespar-Modus.